Hallo zusammen auch von meiner Seite, herzlich willkommen zu diesem Webinar, neue Funktionen der TNC 640 mit der neuen Software 340.5907. Die Software ist jetzt seit Oktober 2016 verfügbar und bei Bedarf kann man sich hier mit dem Maschinenhersteller in Verbindung setzen, wenn es hier um ein Update geht. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Michael Wiendl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und hier mache ich alle Schulungen, die mit der Frästeuerung zu tun haben, angefangen vom Basiskurs, Aufbaukurs über Schwenkkurs, Fünfachsprogrammierung, alles was anfällt und eben auch die ganzen Webinare hier. Ich werde jetzt zuerst eine Präsentation machen, wo wir uns einfach mal die ganzen neuen Funktionen mit anschauen und danach werden wir uns einzelne Funktionen auch noch auf dem Programmierplatz mit anschauen. Wenn Sie Fragen haben, einfach das Fragenfenster unten die Frage eintragen. Ich werde dann am Ende des Webinars auf diese Fragen eingehen und diese dann beantworten. Bei der Firma Heidenhain sprechen wir immer wenig von Softwareständen. Bei uns geht es eigentlich mehr um Meilensteine. Das heißt, wenn wir bei diesem Webinar über neue Funktionen sprechen, dann sind es für uns neue Funktionen von Meilenstein 11. Wir sagen Meilenstein, weil wir diese Software für verschiedene Steuerungen entwickeln, nämlich alle Steuerungen, Frässteuerungen der NC Kernfamilie, das ist die kleinste Steuerung, die TNC 128, unsere Streckensteuerung, dann die TNC 23 und TNC 26, unsere Einstiegssteuerungen für Standardmaschinen. Das sind für uns einfach 5 Achsen plus eine Spindel, 23 für analoge Achsantriebe, 26 für digitale Achsantriebe und unsere größte Steuerung, die High-End-Steuerung, die TNC 640. Und wie man hier schon sieht, dieser Meilenstein 11 bedeutet für die verschiedenen Steuerungen auch verschiedene Softwareversionen. Bei der TNC 640 sprechen wir hier von der Software 07, 620 und 3204 und 128 ist es 05. Und deswegen sprechen wir bei Heidenhain immer von Meilenstein und kommunizieren das aber den Kunden immer mit der passenden Software, was er für seine Steuerung benötigt, um mit diesen neuen Funktionen arbeiten zu können. Wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, was sich jetzt mit den letzten Softwareständen so getan hat, in 2015 gab es zwei Softwarestände, das ist einmal der Meilenstein 9 und Meilenstein 10, also für die 640 ist es die Software 5 und 6 und wir sprechen jetzt aktuell über den Software 07 für die TNC 640 und da geht es jetzt eben speziell darum, was sich hier verändert hat. Wir haben einiges dazu getan, dass wir kompatibel von der Bedienung und von den Programmfunktionen zur ITNC werden. Da hat sich einiges getan und außerdem noch eine neue Funktion mit dabei, 3D Tool Comp. Das heißt, dass ich eben mein Werkzeug passend den verschiedenen Abweichungen von meinem Eckenradius zum Beispiel korrigieren kann. Natürlich kommen noch viele weitere Funktionen dazu und die schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. So, im Programm Test. Hier wurden einige neue Funktionen eingebaut. Als erstes gibt es die Möglichkeit, dass ich jetzt bei einem gewissen Satz die Simulation unterbrechen kann. Wenn mir zum Beispiel, ich möchte mein Bauteil ab Satz 6398 im Einzelsatz durchlaufen lassen, weil da eine kritische Bearbeitung ist. Dann kann ich über die Softkey Stop by einfach die Satznummer eintragen, 6398 und dann wird bis zu diesem Satz normal simuliert und dann stoppt die Simulation. Das heißt, ich muss hier keinen separaten Stopp ins Programm einbauen, sondern kann das direkt über eine Simulationsfunktion machen. Außerdem habe ich noch einige neue Softkeys dazu bekommen. Einmal rücksetzen vom Volumenmodell, um meine Grafik zurückzusetzen. Dann kann ich die Werkzeugwege zurücksetzen, wenn mir nur von einer gewissen Bearbeitung die Wege, wenn ich mir diese Wege anschauen möchte, dann kann ich über Werkzeugwege rücksetzen, die davor gemachten Wege zurücksetzen und ich kann mir nun auch die Eilgangbewegungen anzeigen beziehungsweise ausblenden. Das ist oftmals praktisch, weil man sonst sehr viele Linien in meiner Grafik hat, wie man sich die Werkzeugwege mit anzeigen lässt, dass man hier auch mal die Fmax-Wege ausblenden kann. Und was jetzt auch neu dazugekommen ist mit der Software 07, ist das Messen. Das heißt, ich kann jetzt auch mit einer Mouse-Over-Funktion messen. Hierzu schalte ich über den Softkey Messen ein, die Messfunktion ein. Ich habe dann, wie man es hier in diesem Bild sieht, oben so eine violette Zeile und die zeigt mir die XYZ-Koordinaten des aktuellen Punkts, den wir hier unten sehen, des weißen Punktes an. Und so kann ich eben mein ganzes Bauteil einfach mal vermessen, kann schauen, wie sind denn die Tiefen, habe ich hier alles richtig programmiert. So kann ich eben mein Programm einfach simulieren und habe noch mehrere Möglichkeiten, wie ich diese Simulation auch überprüfen kann. Bei der Editor-Grafik, also im Programm einspeichern, editieren, hat sich auch einiges getan. Hier gab es immer längere Rechenzeiten oder Wartezeiten, wenn man mit Start-Einsersatz durchgegangen ist. Das war, weil einfach das Programm immer von Beginn durchgerechnet hat. Das wurde nun jetzt angepasst, das heißt, jetzt haben wir hier eine schnellere Geschwindigkeit bei Start-Einsersatz. Außerdem kann ich mir auch hier meine Werkzeugbahnen anzeigen und ausblenden lassen, das heißt, wenn ich mit der Editor-Grafik, mit Programm und Grafik arbeite, kann ich mir auch hier bestimmte Linienarten wie Eilgänge zum Beispiel ausblenden lassen oder auch Werkzeugwege ausblenden lassen. Auch im Satzfolgebetrieb, wenn ich mit Satzvorlauf arbeite, hat sich einiges getan. Und zwar gibt es nun die Möglichkeit, dass ich meine Stelle, an der ich aus dem Programm rausgeflogen bin, zum Beispiel durch einen Stopp oder durch einen Netzausfall oder Notaus, die wird automatisch gespeichert und ich kann sie einfach über einen Tastendruck wieder aufrufen. Außerdem kann ich nun den Satzvorlauf auch fortsetzen, das heißt, wenn ich einen Satzvorlauf auf Satz 100 gemacht habe und merke, ich wollte eigentlich Satz 105, dann kann ich einfach Satzvorlauf fortsetzen auf 105. Das heißt, so bin ich eben flexibler in meinem Einstieg ins Programm. Satzvorlauf sollte ich ja immer verwenden, wenn ich bei einem Programm einsteigen möchte und ich irgendwelche Berechnungen oder Nullpunktverschiebungen, Schwenken, irgendwas von vorher brauche. Denn wenn ich mit GoTo auf einen Satz springe, dann vergisst oder weiß die Steuerung eben nicht, was davor passiert ist. Und deswegen sollte man hier immer, wenn man noch Informationen von den Sätzen davor benötigt, immer mit Satzvorlauf ins Programm einsteigen. Das MDI wurde erweitert und zwar kann man jetzt im MDI auch mit Radiuskorrektur programmieren, genauso auch Labelanweisungen und Sprünge und so kann man das Ganze hier einfach als einfache Programmsequenz verwenden. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise an einem Bauteil Radiuskorrektur einfach nur ablängen möchte, dann kann man das nun mit ein paar kurzen Programmsätzen im MDI auch programmieren und muss dazu kein separates Programm schreiben. Außerdem gibt es jetzt die weiteren Funktionen, wie zum Beispiel Function TCPM kann ich nun im MDI programmieren und die Function File Copy, Move oder Delete Funktion kann ich programmieren. Außerdem gibt es jetzt die Block markieren, kopieren, einfügen Möglichkeit. Das heißt, wenn ich einen Programmteil in einer anderen Form nochmal benötige, kann ich einfach hergehen, Block markieren, kopieren und einfügen oder ich kann mir auch einen Programmteil aus dem MDI in mein Programm einspeichern, editieren rüberholen. So kann ich das hier einfach für kleine Programme, wenn ich nicht ein separates Programm schreiben möchte, kann ich hier das MDI einfach verwenden, um kleine Programmsequenzen zu schreiben. Eine neue Funktion, Funktion 3D Tool Comp, das ist eine optionale Funktion, Option 92 bei der TNC 640. Was macht 3D Tool Comp? Mit 3D Tool Comp vermesse ich meinen Kugel- oder Torusfräser und zwar vermesse ich hier den Schneidenradius, den Eckenradius, den R2. Wie man hier unten sieht, es gibt je nachdem, was man für einen Kugelfräser oder Torusfräser kauft, gibt es gewisse Genauigkeiten für diesen Kugelradius. Die liegen zwischen 2 Hundertstel und 5 µ und je nachdem, was man da an Geld ausgibt, bekommt man genauere Fräser oder eben nicht so genauere Fräser. Also da kann man das eben machen. Was man jetzt mit dieser Option 3D Tool Comp machen kann, dass man der Steuerung sagt, okay, pass auf, bei dem Winkel 10 Grad hat der Kugelfräser eine Abweichung von einem Hundertstel und bei 20 Grad hat der Kugelfräser eine Abweichung von 5 µ und das kann man der Steuerung über eine Tabelle sagen. Und diese Tabelle wird dann dem Werkzeug zugewiesen, in der Werkzeugtabelle und wenn ich dann ein Programm mit flächennormalen Vektoren habe, also ein Vektorprogramm mit LN setzen, dann kann die Steuerung je nach Eingriffswinkel des Werkzeuges in der Tabelle nachschauen, was ich für Korrekturen habe und kann diese live während der Bearbeitung korrigieren. Also da wird die Position des Werkzeuges zum Werkstück einfach korrigiert. Das hat den Vorteil, dass ich die Genauigkeit bei Freiformflächen erhöhen kann, weil die Steuerung nun die genauen Werkzeugabweichungen kennt und somit kann ich auch preiswertere Fräser für Schlichtbearbeitungen verwenden. Die Tabelle, wie die erstellt wird, das heißt man kann sie einmal mit einem Werkzeugvermessungssystem erstellen, zum Beispiel mit einem Laser oder mit einem Werkzeugvoreinstellgerät oder, das schauen wir uns dann danach an, man kann auch den neuen Messzyklus 3D dafür verwenden, damit man eben zum Beispiel eine Bearbeitung mit dem Fräser den ersten Schnitt macht, dann misst und gleichzeitig die Abweichung wieder in die Tabelle einträgt und so könnte man zum Beispiel auch den Schnittdruck dann kompensieren. Zum 3D-Tool-Comp gibt es nun auch eine neue Variante und zwar, wenn ich mit meinem Tastsystem Freiformflächen vermessen möchte, dann reichen die fünf kalibrierten Punkte am Tastsystem, das heißt, das ist einmal in der XY-Ebene meine vier Quadranten bei 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad und 270 Grad, dann reichen diese Quadranten nicht aus und der Südpol unten, sondern dann muss ich meine Kugel komplett kalibrieren. Das heißt, ich muss auch wissen, wie sieht der Schaltpunkt aus bei 5 Grad Anstellung, bei 10 Grad Anstellung und dieses 3D-Kalibrieren kann ich nun auch mit einem Messzyklus machen und zwar mit dem Zyklus 460 und da verwende ich so eine Kalibrierkugel von Heidenhain, die wir schon vom Kinematics Opt her kennen und mit diesem Zyklus 460 kann ich dann Messpunkte machen und die werden dann in der ZX-Ebene ausgeführt, zum Beispiel 15 Messpunkte, dann werden entlang der Kugel 15 Mal gemessen, also in der Ebene Z und X bei verschiedenen Anstellungen und die Abweichung wird wiederum in eine Korrekturtabelle abgelegt und dann weiß die Steuerung, aha, wenn ich mit dem Tastsystem bei 10 Grad Anstellung taste, dann habe ich die und die Abweichung. Und diese Korrekturtabelle brauche ich dann wiederum, um mit dem neuen Zyklus 444 zum Vermessen von Freiformflächen ein Feedback zu bekommen, ob noch Material auf meiner Fläche drauf ist oder nicht. Und diesen Zyklus kann ich dann wiederum verwenden, um eine Tabelle für mein 3D-Tool-Comp zu befüllen. Aber das schauen wir uns jetzt dann auch am Programmierplatz mit an. Eine Erweiterung gibt es auch beim Kinematics-Opt-Zyklus, das ist ja die Option 48. Und zwar gibt es ja einmal den Zyklus Kinematics-Opt, um die Rundachspositionen, also die Drehpunkte von meinen Rundachsen anzupassen. Und im Kinematics-Opt gibt es jetzt einen neuen Modus, das ist der Modus 2. Und der Modus 2 aktiviert das sogenannte Kinematics-Comp. Das ist die Option 52. Was macht Kinematics-Comp? Man sieht es hier in dieser Grafik recht schön. Normalerweise, wenn ich jetzt eine Kinematik habe, zum Beispiel einen AC-Tisch, wenn ich nun feststelle, dass die A-Achse, wenn ich mit der Uhr in Y-Richtung über die A-Achse fahre, feststelle, aha, die A-Achse ist nicht gerade im Raum, dann kann ich das über den Referenzpunkt anpassen, der A-Achse. Das heißt, einfach auf 0 drehen, so lange, bis die Uhr auch 0 anzeigt. Wenn ich jetzt allerdings mit meiner Messuhr über den Tisch drüber fahre in X-Richtung und merke, dass die A-Achse von links nach rechts hängt, das kann ich nicht so einfach kompensieren, weil das ist ja die Anbaulage oder Anbaugenauigkeit von der A-Achse. Und genau für das gibt es dieses Kinematics-Comp. Das heißt, wenn die A-Achse von links nach rechts schief oder hängt, dann kann ich die Kinematics-Comp verwenden, um das der Steuerung mitzuteilen. Und zwar gibt es dafür ein Konfigurationsdatum, und zwar bei den Config Simple Access gibt es jetzt den Kin-Comp Error. Das ist quasi der Fehler von Kinematics-Comp und das kann ich der Steuerung mitteilen. Pass auf, die A-Achse hängt in B um 0,02 Grad. Und wenn ich dann mit Schwenken oder TCPM M128 arbeite, dann kann das die Steuerung mit den anderen Achsen kompensieren, damit dieser Fehler am Werkstück nicht auftaucht. Also das ist einfach, um meine Maschine noch einen Ticken genauerer zu machen. Heißt nicht, dass man auf der anderen Seite den Maschinenbau vernachlässigen kann und die Achsen nicht so genau einrichtet. Das sollte natürlich immer noch so genau, wie von den Toleranzen her möglich ist, sein. Das heißt, damit man das möglichst wenig kompensieren muss elektronisch. Außerdem gibt es Umstellungen und Erweiterungen beim Protokoll. Dieses Protokoll ist jetzt ein HTML-Protokoll. Es wird nun nicht mehr für einen Zyklus komplett abgespeichert, sondern es gibt immer ordnerspezifische Abspeicherung. Und außerdem werden die Drehachspositionen auch mit ausgegeben. Das heißt, ich habe jetzt noch mehr Informationen in meinem Protokoll. Genau. Das ist eben das Schöne jetzt auch bei der TNC 640. Bei der ITNC musste ich Kinematics Comp noch in der Kinematik-Beschreibung berücksichtigen. Das sieht man hier schön. Die Achse B hier in der Zeile 4 und davor diese Transformation A und C. Das ist eben dieses Kinematics Comp. Und das musste ich vor der Achse machen, A und C und nach der Achse mit C und A wieder zurückrechnen. Und das war halt leider immer sehr umständlich und ich musste da die Kinematik-Beschreibung anpassen. Und das geht jetzt bei der TNC 640 schöner, weil ich jetzt das Ganze einfach über die Maschinenparameter machen kann. Ja, eine neue Erweiterung beim Gravieren. Und zwar kann ich jetzt auch den Kreis inverse schreiben. Das schauen wir uns dann auf dem Programmierplatz an. Außerdem kann ich jetzt bestimmte Bezugspunkte angeben. Das ist vor allem wichtig, wenn ich sehr große Radien und wenn ich einen Text auf einem sehr großen Radius gravieren möchte. Und zwar war es ja bis jetzt immer so, ich musste, wenn ich auf einem Kreis programmiere oder graviere, musste ich immer den Mittelpunkt des Kreises anfangen. Das wurde jetzt geändert. Jetzt kann ich direkt Bezugspunkte an meinem Text angeben. Und wenn ich jetzt einen sehr großen Radius gravieren möchte, dann kann ich jetzt einfach hergehen und mich am Text direkt vorpositionieren und muss nicht mehr auf den Kreismittelpunkt fahren. Dieser ist dann oft außerhalb vom Verfahrbereich gelegen und deswegen konnte man da nicht hinfahren. Außerdem kann ich jetzt die Textlänge eingeben. Das heißt, ich kann sagen, der Text soll so und so lang sein und dann skaliert die Steuerung automatisch die Zeichenhöhe und so kann ich eben auch in einem gewissen Abstand nun den Text mit eingeben. Dabei muss ich allerdings immer beachten, wenn ich eine Textlänge eingebe, dann muss die Zeichenhöhe auf 0 sein. Denn dann macht es die Steuerung automatisch. Da bekomme ich aber auch eine Fehlermeldung, wenn ich Textlänge eingegeben habe und Zeichenhöhe definiert habe, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich doch bei eingegebener Textlänge die Zeichenhöhe auf 0 setzen muss. Einige Erweiterungen beim Fräsdrehen. Hier wurde speziell beim Stechen einige neue technologische Parameter eingeführt. Einmal für die Überlappung beim Stechen. Dass nicht immer die komplette Stechplatte verwendet werden soll beim Einstechen. Dann der Vorschubfaktor für den Modus Rückzug, wie er eben nach einem Stechvorgang zurückziehen soll, das eben nicht am stehenden Material zurückziehen soll. Und es gibt jetzt auch einen Delta in der Werkzeugtabelle für die Breite der Stechplatte. Ja, dann Gewinde drehen kann ich nun auch mit angestellter Achse. Dann die Vorschubreduktion, wenn die Zyklen die maximale Schnittgeschwindigkeit oder wenn die Schnittgeschwindigkeit nicht mehr erreicht werden kann. Man hat ja beim Fräsdrehen, wenn man Plan dreht zum Beispiel das Problem, irgendwann ist die maximale Tischdrehzahl erreicht und ab dem Zeitpunkt drückt das Werkzeug nur noch. Und damit man hier die Oberflächenqualität noch im Griff bekommt, da kann ich dann, wird automatisch der Vorschub reduziert auf 50% zum Beispiel und so kann man noch eine bessere Oberflächenqualität erreichen. Ja, für den Maschinenhersteller, der kann nun ein Makro einfügen und zwar was vor dem Zyklus 800 und nach dem Zyklus 800 gemacht werden soll. Den Zyklus 800 brauchen wir zum Anpassen des Drehsystems. Wenn zum Beispiel der Maschinenhersteller möchte, dass vor dem Zyklus 800 auf eine sichere Position gefahren werden soll, dann kann man das mit diesem Makro hier einfügen. Außerdem wurde nun Exzenter drehen, noch einige Anpassungen gemacht und zwar wurde hier zum Beispiel die Drehzahlbegrenzung wird nun angezeigt und ich kann sie auch bei Bedarf, wenn ich sage, das ist mir zu wenig, kann ich sie noch editieren. Und so zum Beispiel meine Bearbeitung hier noch anzupassen. Eine Drehzahlbegrenzung entsteht ja dadurch, wenn ich exzentrisch drehe, dann ist ja das Bauteil nicht mehr mittig auf dem Tisch aufgespannt. Das heißt, durch das, dass sich das Bauteil nicht mehr der Tischmitte befindet, wenn sich nun der Tisch mit zum Beispiel 800 und Drehungen dreht, dann muss ja das Werkzeug dem Tisch oder dem Werkstück folgen. Und das geht natürlich bei 800 und Drehungen nicht mehr. Sondern dann wird einfach die Drehzahl begrenzt, damit eben je nach Exzentrizität das Werkzeug, dem Werkstück auch noch folgen kann. Und dadurch kommt die Drehzahlbegrenzung. Das heißt natürlich, umso größer die Exzentrizität, umso größer auch die Drehzahlbegrenzung und umso langsamer wird die ganze Bearbeitung. Und deswegen kann man sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal aus, beim Exzenter drehen, ob vielleicht statt DNE 214 auch noch 300 Umdrehungen zum Beispiel möglich sind. Ja, dann noch ein paar kleine Punkte. Und zwar kann ich jetzt beim Wirbelfräsen auch die Tiefe schlichten. Das war vorher noch nicht möglich. Da konnte man nur die Seite schlichten. Nun habe ich auch ein Parameter für schlichten Tiefe. Außerdem gibt es die Vorschubinterpretation über den Q439, jetzt auch bei den Zyklen 251 und 275. Das schauen wir uns dann auf dem Programmierplatz an. Ich kann nun die Schriftgröße anpassen. Und zwar, wenn ich in der Satzfolge die Anzeige oder allgemein, wenn ich die Anzeige nur Programm habe, dann kann ich nun sagen, dass ich auch eine größere Schrift haben möchte. Damit man dann wirklich den kompletten Bildschirm auch ausnutzen kann. Bei der zylindrischen Blockform kann ich nun auch die Innen- und Außenradien als Durchmesser auch definieren. So spare ich mir das Umrechnen. Außerdem kann ich nun direkt im NC-Programm über eine SysRead-Abfrage meine Zeit auslesen. Das heißt, am Ende vom Programm kann ich einfach über eine FN18 Systemdaten lesen, ID 320 Nummer 3 kann ich die aktuelle Bearbeitungszeit auslesen. Und so brauche ich eben nicht am Anfang vom Programm die Zeit auslesen und am Ende vom Programm die Systemzeit auslesen und diese dann umrechnen, sondern ich kann sie direkt über die die komplette Bearbeitungszeit am Ende des Programms auslesen. Und außerdem kann ich nun überprüfen, ob eine Werkzeugeinsatzdatei oder ob eine Werkzeugeinsatzprüfung, ob alle Werkzeuge vom Programm verfügbar sind. Das ist vor allem wichtig, wenn ich automatisiert mit Palettenwechsel arbeite. Und zwar habe ich zum Beispiel in meinem Speicher 15 Paletten und ich möchte diese Paletten gerne nacheinander mannlos abarbeiten. Jetzt wäre das Schlechteste, wenn ich die Palette einwechsle und die Steuerung ein Werkzeug einwechseln will, das nicht vorhanden ist. Denn dann steht mein ganzes System. Und so kann ich über diese Abfrage Systemdaten lesen, ID 975 Nummer 1, kann ich abfragen, ob die Werkzeuge alle okay sind, alle Werkzeuge vorhanden, wenn 1, dann Fehler in der Prüfung, das heißt ein Werkzeug fehlt oder ist gesperrt, oder minus 2, Werkzeugeinsatzprüfung ist nicht eingeschaltet, oder minus 1, es ist keine Werkzeugeinsatzliste vorhanden. Das heißt, mit dieser Werkzeugeinsatzliste kann ich ganz einfach feststellen, ob ich dieses Programm mit den im Magazin befindlichen Werkzeugen abarbeiten kann. Und so kann man eben am Anfang vom Programm einfach eine Abfrage machen, Werkzeugeinsatzprüfung, wenn der Ergebnisparameter 1 ist, also zum Beispiel Q50 und das Ergebnis ist 1, dann kann ich die nächste Palette einwechseln und schauen, ob da alle Werkzeuge verfügbar sind. Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal auf unserem Programmierplatz an. Also, was ich hier habe, ist der Programmierplatz 340 5907 und den schauen wir uns jetzt einfach mal an, was es denn hier so alles zu sehen gibt. Als erstes mal die Anpassungen im Programm Test. Das heißt, dazu öffne ich mal das Programm Flansch und kann jetzt über Reset und Start einfach mal die Simulation starten. Sehe jetzt hier die normale Simulation auf unseren NC-Kernsteuerungen, farbige Einstellungen, jedes Werkzeug bekommt seine eigene Farbe. Genau, und jetzt ist das Programm durchgelaufen und nun können wir uns mal die verschiedenen neuen Funktionen anschauen. Zum Beispiel die Funktion Messen auf der zweiten Softkey-Ebene gibt es den Softkey-Messen ein. Jetzt bekomme ich hier oben diese violette Zeile und nun kann ich einfach über Mouse-Over schauen, okay, wie tief ist denn dieses Langloch hier? Aha, minus 20. Wie tief ist denn diese Kreistasche hier? Die ist minus 10 tief und hier bin ich bei minus 5 Millimeter. Also einfach mit meinen Mouse-Over-Funktion kann ich hier ganz einfach messen. Außerdem kann ich mir hier mal meine ganzen Bearbeitungswege anschauen und was man jetzt hier sieht, das weiße ist Bearbeitungsvorschub, das rote ist Eilgangbewegung und auch hier kann ich optimieren, indem ich sage, ich möchte die F-Max-Wege nicht sehen. Dann kann ich die schon mal ausblenden lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nur die Bearbeitung von meiner Runden-Nut sehen möchte, dann mache ich jetzt einen Stopp bei 29. Also Stopp bei 29. Dann kann ich jetzt hier sagen, Start. So, und jetzt macht er alles bis Satz 29 und da stoppt er dann. Genau. Und jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und die Werkzeugwege zurücksetzen. Dann werden alle bisher gemachten Werkzeugwege zurückgesetzt und nun kann ich über Start Einzelsatz hergehen und mir nur mal die eine runde Nut hier anschauen und dann zeigt er mir auch nur die Werkzeugwege von dieser runden Nut an. So kann ich eben einzelne Programmsektionen sehr einfach mir anschauen. Wenn ich sage, ich hätte gerne das Werkzeugmodell, das Volumenmodell zurückgesetzt, dann kann ich das einfach machen und kann jetzt wieder weitergehen über Start Einzelsatz und dann macht er jetzt die nächste Nut und zeigt mir das halt hier komplett in meinem neuen Rohteil an. Genau, kann mir das Ganze auch hier transparent oder farbig und hier transparent schalten. Genau, dann sehe ich jetzt hier eben die, das ist natürlich noch der Werkzeugweg von vorher, weil den habe ich ja nicht gelöscht. Also sieht man die hier auch immer schön, die ganzen Werkzeugwege mit dabei. Genau, außerdem gibt es noch einen neuen Softkey im Programm Test und zwar den Softkey Werkzeugeinsatzdatei erzeugen. Bis jetzt war es ja immer so, dass ich diese Werkzeugeinsatzdatei, dazu musste ich das Programm einmal in den Programm Test reinladen und musste es einmal komplett durchsimulieren. Das kann jetzt bei längeren Programmen schon eine Zeit dauern und deswegen gibt es jetzt den Softkey Werkzeugeinsatzdatei erzeugen. Das heißt, wenn ich den drücke, für das Programm habe ich glaube ich schon eine erstellt. Nehmen wir mal den Hebel, da haben wir noch keine erstellt. Genau, dann wird eine Werkzeugeinsatzdatei erstellt und was kann ich nun machen mit dieser Werkzeugeinsatzdatei? Mit dieser Werkzeugeinsatzdatei kann ich jetzt eine Werkzeugprüfung durchführen. Und zwar, wenn ich jetzt in meine Satzfolge gehe und hier zum Beispiel das Programm Hebel aufrufe, dann kann ich jetzt über den Softkey Werkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatzprüfung, eine Einsatzprüfung durchführen. Das heißt, sie sagt mir hier OK, heißt, diese Werkzeuge sind alle im Magazin und haben auch noch Standzeit. Wenn ich mir da jetzt zum Beispiel ein anderes Programm anschaue, den Flansch hier, da sagt er mir jetzt, das Werkzeug 229 und 264, das sind externe Werkzeuge. Das heißt, die sind nicht im Magazin verfügbar und wären sozusagen Handwerkzeuge. So kann ich eben mit der Werkzeugeinsatzprüfung mal ganz einfach feststellen, ob alle Werkzeuge im Magazin vorhanden sind und auch noch genügend Standzeit haben, damit ich mein Programm abarbeiten kann. Außerdem verfügbar jetzt mit der Software 7 der Softkey Programm und Gliederung in der Satzfolge ist eben praktisch, wenn man mal an einer gewissen Position einsteigen will, wenn man zum Beispiel hier beim Satz 25 einsteigen möchte, geht man einfach über den Gliederungspunkt hin und kann jetzt über Satzvorlauf sagen, ich möchte hier einsteigen, NC Start, dann rechnet es die Steuerung durch, stellt den Maschinenstatus her, dann werden meine Achsen angefahren und nun kann ich meine Bearbeitung fortsetzen, jetzt werde ich wahrscheinlich dann eine, sieht man jetzt hier, kann man das Ganze natürlich auch als Programm und Grafik anzeigen lassen und jetzt sehe ich hier, wie er eintaucht, und dann meine Bearbeitung fortsetzt ab dem Satz 25 oder, ja genau, 24, was ich gesagt habe und so geht es dann hier einfach mit dem Ausräumen weiter. Eine weitere neue Funktion, das Gravieren, also neue Parameter beim Gravieren und zwar habe ich jetzt hier die neuen Parameter einmal bei der Textanordnung, kann ich jetzt 2 eingeben für einen inversen Text, wenn man das Ganze eigentlich spiegeln möchte. Außerdem den Kreisradius, der war schon immer da, genau, und die Textlage ist neu, das bringt mir jetzt vor allem was, wenn ich sehr große Radien gravieren, auf sehr großen Radien gravieren möchte. Früher musste ich immer auf den Kreismittelpunkt fahren, jetzt kann ich hier, wie bei den Taschenzyklen auch, eine bestimmte Position angeben, wo ich mein Werkzeug dann beim Zyklusaufruf vorpositionieren muss. Also wenn ich hier sage, Textlage 2, dann muss ich mich eben auch an diese Position hier vorpositionieren. Und Textlänge, hier ist eben wichtig, wenn ich Textlänge verwende, dass ich bei Zeichenhöhe nichts eintrage. Wenn ich hier mal was eintrage, zum Beispiel 5, und wir gehen in unsere Simulation und schauen uns das Ganze mal an. Okay, 5 war jetzt wahrscheinlich noch passend zum, dass es noch reingepasst hat in die Länge. Genau. Zeichenhöhe zu groß, dann bekomme ich hierzu eine Fehlermeldung, die programmierte Gravur ergibt mit der definierten Zeichenhöhe einen längeren Text, wie in der Textlänge definiert ist. Also muss ich eben entweder die Zeichenhöhe verringern oder den Wert auf, die Zeichenhöhe auf 0 setzen, damit die Textlänge, den definierten Wert, damit eben hier richtig skaliert werden kann. Also müssen wir, was wir machen müssen, die Zeichenhöhe auf 0 setzen und dann geht es hier weiter. Also eine schöne Erweiterung, um eben jetzt auch, ich kann jetzt auch den Text mittig angeben oder linksbündig oder rechtsbündig, wie ich möchte, kann ich das hier einfach machen und eben auch jetzt sehr große Radien gravieren. Also ich habe hier extra noch eine Linie mit eingezogen, damit man hier auch schön sieht, dass das Ganze auf einem Radius 650 graviert ist und so kann man das hier ganz einfach im Zyklus mit anwenden. So, dann haben wir noch die Tastsystemzyklen und zwar gibt es hier jetzt die Erweiterung beim Zyklus Kalibrieren und zwar im Zyklus 460. Den Zyklus 460 kann ich ja verwenden, um mit einer Tast- und mit einer Kalibrierkugel im Maschinenraum mein Tastsystem zu kalibrieren und da gibt es jetzt die neuen Parameter Anzahlpunkte 3D kalibrieren. Das heißt, wenn ich hier 15 Punkte eintrage, dann nimmt die Steuerung diese Punkte und wie man hier sieht, werden die von 0 bis 90 Grad einfach auf die Kugel verteilt und zwar in der ZX-Ebene und dann wird einfach interpolierend immer an die Kugel herangefahren und die Korrekturwerte werden gespeichert. Die Werte werden in einer Kalibriertabelle gespeichert und zwar unter TNC System 3D Tool Comp und hier in der Correction.3DTC Diese Endung ist für die Steuerung wichtig, damit sie weiß, dass ich eine 3D Tool Comp Tabelle haben möchte. Die sieht so aus. Einmal ein Angle zum Beispiel 10 Grad und bei diesem Anstellwinkel habe ich eine Abweichung von 200 Bei 15 Grad habe ich eine Abweichung von 15 µ und bei 20 Grad habe ich eine Abweichung von 8 µ und die Steuerung nimmt dann diese Korrekturtabelle her um jetzt zum Beispiel den Taster beim späteren 3D Vermessen richtig korrigieren zu können. Ich kann diese Tabelle auch für Werkzeuge verwenden, um beispielsweise Kugelfräser den Eckenradius anzupassen. Also dafür kann ich den Zyklus 460 verwenden, kalibrieren an der Kugel über den Parameter Q455 Anzahl der Punkte. Außerdem gibt es einen neuen Zyklus Sonderzyklen Zyklus 444 Antasten 3D Es hat früher auch schon den Zyklus 4 gegeben, allerdings wurde beim Zyklus 4 der Kugelradius immer nicht verrechnet. Das heißt, da wurde immer der Schaltpunkt zurückgegeben, aber sonst nichts. Nun kann ich einen Punkt an der Fläche angeben. Das ist wichtig, der Punkt muss auf der Fläche sein. Also da muss man sich von seinem Bauteil eventuell eine Skizze im CAD System anlegen und dann eine dazu senkrechte Linie zu meinem Kulturelement machen, um den Punkt an der Fläche herauszubekommen. Außerdem benötige ich noch für die Antastung 3D den Vektor, also den Betrag senkrecht zu meiner Fläche, und zwar in X, Y und Z. und wenn ich das habe, dann kann ich damit den Zyklus füttern und der positioniert sich dann auf eine sichere Position und fährt dann entlang des Vektors X, Y und Z senkrecht ans Bauteil ran und gibt mir den Punkt, den Messpunkt in einem Q-Parameter als Y und Z oder die Abweichung im Vektor also im 3D also in der Richtung wie ich angetastet habe und so kann ich dann darauf reagieren und kann zum Beispiel sagen okay auf der Fläche sind noch 300 drauf also muss ich hier nochmal nacharbeiten und der Zyklus 444 den kann ich nun direkt auf der Steuerung verwenden ohne zusätzliche Software weil ich ja vorher mit dem Zyklus 460 mein Tastsystem 3D kalibriert habe und somit kann ich nun den Zyklus hier auch verwenden genau noch eine kleine Erweiterung wenn ich mit meiner rotationssymmetrischen Blockform mit der zylindrischen Blockform arbeite habe ich nun hier unten die beiden Softkeys soll ich meinen Radius des Zylinders als Radius oder als Durchmesser angeben dann schaltet hier oben einfach der Dialog um von R auf D und das gleiche kann ich auch mit meinem Innenradius machen R I oder D I und so kann ich hier beispielsweise meine zylindrische Blockform einfach definieren je nachdem ob ich Radius oder Durchmesser haben möchte so das waren nun ein paar Funktionen am Programmierplatz jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Sprechpunkte noch von unserem diesjährigen Auftritt auf der AMB Messe vorstellen und zwar haben wir hier einige neue Hardwarefunktionen und Kampagnen vorgestellt die ich Ihnen nun genauer erklären möchte und zwar als erstes eine neue Kampagne nennt sich Connected Machining und zwar was heißt Connected Machining das heißt einfach wie kann ich an der Steuerung meine Prozesse meine Fertigungsabläufe verbessern und das geht eben über verschiedene Möglichkeiten was wir hier zeigen ist zum Beispiel einmal der Zugriff von unserer Steuerung auf alle fertigungsrelevanten Daten sei es Aufspannpläne sei es Auftrag starten Material bestellen kann ich alles ganz einfach über die Steuerung machen und zwar muss ich hier nicht viel installieren ich kann über die Funktion Remote Desktop Manager einfach auf einen beliebigen PC im Netzwerk zugreifen und kann diesen PC mit meiner Steuerung verbinden und über einen Knopfdruck kann ich einfach von meinem Steuerungsbildschirm zu dem Bildschirm von meinem verbundenen PC wechseln und auf diesem PC kann ich dann wie gewohnt in einer Windows Umgebung oder wie das halt in der Firma der Standard ist kann ich hier mit meinen normalen Anwendungen arbeiten wie zum Beispiel einem ERP System wie einem Werkzeugverwaltungssystem und alles das kann man hier ganz einfach über die Funktion Remote Desktop Manager machen Außerdem ist immer wichtig für die Vorgesetzten wie laufen denn die Maschinen das heißt die sogenannten OEE Kennzahlen das können wir ganz einfach über die Funktion DNC über die DNC-Schnittstelle machen und zwar gibt es da von Heidenhain jetzt den TNC-State Monitor eine Software um die verschiedenen Verfügbarkeiten der Steuerungen zu überprüfen und anzuzeigen Was heißt das Connected Machining nun? Wir haben es hier an so einem Baustell, an so einer Übersicht gemacht in der Mitte ist unsere Werkzeugmaschine und wenn ich jetzt meinen Auftrag starten möchte dann gibt es eben verschiedene Arbeiten für die ich an meinen PC gehen muss bestimmte Arbeiten für die ich das Werkzeugvoreinstellgerät brauche und bestimmte Sachen wo ich bei meinem Werkzeugschrank was holen muss und was wir eben vermeiden möchten ist der Gang zum PC um eben beispielsweise direkt den Spannplan die Aufspannpläne und Programmdokumente direkt an der Steuerung über den Remote Desktop Manager anzeigen zu können um aufs CAD-CAM zuzugreifen um beispielsweise Zustellungen zu ändern wenn man merkt man könnte eigentlich noch mehr zustellen mit dem Werkzeug kann man eben über den Remote Desktop Manager einfach das CAM-System auch starten und hier zum Beispiel die Programme nochmal neu durchrechnen lassen und dann auf die Maschine nochmal übertragen und diese Wege also diesen blauen, orangen, grünen und diesen roten, gestrichelten den können wir uns eben sparen wenn wir die Maschine mit Remote Desktop Manager mit diesem PC verbunden haben und können so einfach diese Aufgaben direkt an der Maschine ausführen sparen uns dann auch dass wir zum Beispiel einen Aufspannplan ausdrucken müssen den können wir dann direkt anschauen auf unserem Steuerungsbildschirm genau und hier haben wir noch ein paar Screens vom State Monitor man sieht unten unsere Maschinenhalle hier im Schulungszentrum da haben wir verschiedene Maschinen und diese werden alle nun mit dem State Monitor überwacht was heißt überwacht? es geht eigentlich darum, dass man sieht wie verfügbar sind die Maschinen was sind denn zum Beispiel für Fehlermeldungen aufgetreten warum steht die Maschine was wird momentan für ein Programm abgearbeitet wie sind Potti-Stellungen zum Beispiel und das kann man eben hier über diesen State Monitor ganz einfach sehen indem man hier einfach mal auf eine Maschine klickt über den Maschinen-Status und dann sieht man eben hier bei dieser Maschine die verschiedenen Potti-Einstellungen dann die letzten Maschinen-Meldungen das ist eben wichtig wenn man das Ganze zum Beispiel als Mann von zu Hause überwachen muss wenn man zum Beispiel einen Kollegen hat der die Maschinen übers Wochenende betreuen soll und eben nur zeitweise in die Firma reinkommt dann kann der das eben auch zum Beispiel über ein Handy oder Tablet von zu Hause aus überwachen oder das Ganze hier einsehen was zum Beispiel momentan auf der Maschine für einen Fehler ansteht und so kann man eben auch einen mannlosen Betrieb gewährleisten und muss nicht immer alle zwei Stunden in die Firma reinfahren nur um zu sehen ob die Maschinen denn noch alle laufen und eine weitere Neuerung was wir auf der AMB vorgestellt haben ist der Touchscreen wir bieten zwei verschiedene Touchscreen-Varianten an und zwar einmal die 19 Zoll Variante bei der 19 Zoll Variante ist der Bildschirm komplett touch das heißt die ganzen Softkeys außenrum fallen weg alle Tasten werden über Touchscreen bedient ich habe die ganz normale Fingerbedienung also mit einem Finger kann ich das Bauteil hin und her drehen mit zwei Fingern wenn ich den Abstand zwischen den Fingern nicht verändere kann ich das Bauteil schieben und wenn ich die Finger nach größer oder also auseinander oder zusammenziehe kann ich zoomen das funktioniert sehr sehr flüssig und man gewöhnt sich hier auch sehr schnell dran das heißt bei 19 Zoll Varianten habe ich eben den Touchscreen also den Bildschirm komplett als Touch bei der 15 Zoll Variante ist auch die Tastatur komplett touch das heißt der 15 Zoll so wie man es auf der rechten Seite sieht ist ein ja ein Wide-Screen-Monitor der 90 Grad aufgestellt wurde also hochkant oben im oberen ja in der oberen Hälfte befindet sich der Steuerungsbildschirm komplett mit Touch-Bedienung und in der unteren Hälfte befindet sich das komplette Programmierbedienfeld natürlich die Maschinenbedientasten wie NC-Start-Achsrichtungstasten das ist alles eine Hardkey-Taste aber alles was ich zum Programmieren benötige wird hier über eine Touch-Tastatur abgedeckt und ja das haben wir jetzt zur AMB vorgestellt das läuft sehr sehr flüssig kann ich eben für die 640 für die 620 für die 320 komplett verwenden und ist sicherlich eine Alternative zu den bisherigen Bildschirmen oder Steuerungen mit den Hardware-Tasten so das war es von meiner Seite mit den neuen Funktionen von Meilenstein 11 wie wir es auf der zweiten Folie schon am Anfang gesehen haben gibt es die verschiedenen Software-Varianten also für die TNC 128 320, 620 und 640 die jeweils neue Software verfügbar ist sie jetzt seit Oktober 2016 wenn Sie hier Bedarf haben um Ihre Maschine aufzurüsten dann treten Sie bitte mit Ihrem Maschinenhersteller in Kontakt der macht dann das Update und dann haben Sie diese ganzen neuen Funktionen auch zur Verfügung wenn Sie das Ganze mal live sehen möchten dann können Sie uns auch gerne auf jeder Messe besuchen hier werden auch immer die neuen Funktionen mit vorgestellt und da kann man sich auch mal den Touchscreen zum Beispiel in Live und in Realität mit anschauen ok, dann wünsche ich Ihnen nun einen schönen Tag ein schönes Wochenende dann und dann hören wir uns im Dezember zum letzten Webinar dieses Jahr und da geht es dann wieder ins Englische mit den SL-Zyklen und vielleicht hören wir uns dann wieder ein schönes Wochenende und dann geht es dann mit dem und wir uns dann